hallo meine lieben zuschauer heute am 11.05.2024 bin ich wieder auf den flohmarkt und zeige euch heute nur mal ein paar kleinere abschnitte da ich ja schon einige videos von flohmärkten gemacht habe aber ich will euch das heute bei den bombigen wetter natürlich nicht vorenthalten also checkt es ab und bleibt bis zum ende dran so 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 Das war's für heute. Der hintere Teil ist etwas weniger fregventiert. Ich glaube die meisten Leute kommen von ganz vorne und das ist ja ein Riesengelände hier. Bis sie dann hier angekommen sind haben die meisten wahrscheinlich kein Geld mehr. Das war's für mich. Das war's für mich. Hier in dieser schattlichen Ecke gibt es sehr viele Kindersachen. Hier in dieser Schattel, die man mit einem Schattel und die Schattel, die man mit einem Schattel und die Schattel ist. So, jetzt bin ich am vorderen Teil des Marktes angelangt, es ist mittlerweile auch 14 Uhr und es wird hier auch langsam ruhiger. Einige Leute handeln noch mit den Verkäufern. So Leute, das waren meine Bilder vom Mainwieselflurmarkt im Monat Mai. Ich wünsche euch alles Gute, viel Spaß, viel Gesundheit und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.